hallo und willkommen bei let's play mainstream genau das spielen wir nicht einfach nur mainstream ein also happy wheels ja ich dachte ich mache einfach ein happy wheels video weil es jeder macht und dann ist das jetzt irgendwie hin und man will durch irgendwie zu den coolen kids gehören und deswegen machen wir browse level und wir spielen einfach mal die level die am meisten gespielt worden sind robeswing das ist cool wenn ich reinkommen würde und habe es nicht abspacken wird so ok bei alex gut z und dann der tasse zum festhalten alter das war jetzt nicht gerade so der plan müssen festhalten und dann weiter schwingen und wieder festhalten die verlieren der hand einfach so bin ich gerade zu blöd für das so dann einmal runter und einmal hier festhalten und dort noch mal dass wir das level schaffen einmal bouncen lassen einmal festhalten und wir halten uns fest und da rein ja perfekt das so ist nicht so gut noch mal das muss doch irgendwie machbar sein baum baum komm 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 so einmal abbauen und da rein ohne einfach so noch ein versuch nach man sieht ich habe keinen skill in dem spiel aber wir hatten schon hier kein pewdiepie und daher einfach rein und ok nett aber naja ways to die nein pokus ja pokus ist in cool pokus ist in echt cool heider willkommen zu meinem pokus ich hoffe ich finde hier dann herr für great day ja also wir müssen mit unserem program das durchbogen schaffe ich jp level ja und gleichzeitig noch das nur bleiben mit einem sprung ja ich habe ein paar pokus gilt ich habe program schon öfters jetzt gespielt jetzt pogo vielleicht mache ich nächsten part in jetzt pogo draus auch mal gucken very nice und der sprung ninja jetzt bin ich ein pro bin ich ein pro bin ich ein pro ja fast es gibt zwei möglichkeiten entweder man schafft es grad rein oder man versucht mit rückwärtslinien irgendwie so nach vorn zu kommen aber ich bin einfach glaube ich gerade in einer falschen position hier versucht mit dieser variante ach naja pro ich bin ein ninja aber kein pro aber pro bin ich ein pro bin ich ein pro brot pro brot ja bin ich ein expert ja und gott bin ich gott ich muss gott like sind bitte gott 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 ja ich bin gott müssen bis 10 uja 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 ob ich das bin das ist die frage ja natürlich master of heavyweight in einer sich bekommen geschafft kein problem leider gut gut einem gut ok solchen level wenn man irgendwie überleben muss und dann irgendwie das ziel erreichen muss und dass man stirbt ich mein hallo kein problem ähm bottle run extreme ja mit dem wheelchair man ok ich denke mal wir müssen vollgas geben das schön ist ich kann mit dem typen nicht umgehen ich gehe einfach mal gar nicht man kann irgendwie mit dem die agener dafür ok wir versuchen das mit dem anderen charakter ich glaube team ist ganz gut team plus dad mal gucken wie den neuen team oh gott komm 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 nice 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 und jetzt hier rückwärts wow jetzt kommt das kill raus von mir ja sehr schön und der arme team naja prof ist ja so welches level machen wir jetzt ähm bouncy castles hatten wir schon monty python das ist alles von heute oder naja nicht alles 17 television run machen wir noch so einen run mit timmy und dad television fernseher fernseher run majestical unicorn ich bin nämlich schon aus einem unicorn also einem einhorn und maesthetischen einhorn kom 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 ho Rs hey wir haben es geschafft und sind gestorben hallo ich meine ist noch mal an die guten dingen sind drei viel ist besser wie drei dann nicht darf nicht in die luft wollen ja so funktioniert es auch nicht hätte es am hinterrad aber nicht zu viel na ja sagen wir mal wir haben es geschafft im zweiten versuch pokémon angry birds ich glaube es ist cool wo man schon der name sagt mir was von den mapper stellen schon epic robeswink mal gucken ob die wirklich epic ist ja nein das level kann ich schon hart pogojump impossible 99% utipi vs toby ja mal gucken swat throw der melting glitch do that lift ok tell is a real glitch what the fuck dann müssen wir das was musste okay netter glitch gucken wir mal was wir noch so an level vorgesetzt bekommen also ich habe eigentlich die normalen happy witz level nie gespielt sondern immer die kasten level bike race oh nein er war das hat sich viel witziger an da ja das server hat immer wieder probleme so jetzt aber go ich überlebe ich überlebe victory nice wir sind gut wir sind gut wir sind gut wir schaffen das we got this do it fast as pro don't move ok and don't move will zeige ich auch gleich zeige ich jetzt gleich mal viele arten von level einfach don't move wenn ich reinkommen würde es auch jetzt wow ha cool mit der kugel angeschubst worden boing und in die kanone das ist knapp das muss man sagen das ist knapp und bum bum und das ganze mit dem pokumen der hält am meisten ausgleich 321 net pogos for pro epic domino beauty ball and happy slide slender nein es gibt die box mit so haben wir hier dann mit der dicken frau mit dem einkaufswagen es gäbe die box wenn sie so oder vor allem in zu erkennen you for only five seconds ok raus mit dir ja ja lob dich schieb denn war schieb denn war schieb den wahl zurück ins meer wait for screen bin tot wir brauchen einen neuen timmy slender 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 wo ist slender slender wo ist slender ich hab ne page wo slender faktis zwei von acht pages sechs und acht pages ich mag ins länder happy slender ok okay dann sagen rein wieder und wie es leiden ach ist nicht nicht gemacht und zurück einmal durch durch und kommt ein looping looping extrem cool es geht zu mir schon mal bergauf und ein looping das bin ich glücklich ich werde gar nicht es sollte auch okay sein ein nicht rechte maus das rechte maus der entschuldigen bla 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 ja genau er ist kälte box down to round robes winger litte robes winger zeigt das war schießt shortboard fahren das wort schießt okay das heißt ich muss schnell sein also also wie soll ich dort mich festhalten ja mit dem boge man geht das nicht halte ich doch fest ich habe mich festgehalten das zielt nicht es gibt es wirklich nicht drücken alter das zählt wieso zählt das nein ein anderes level ein anderes level robes winger so ein an fächer einfacheren robes in vielleicht elite doch nicht so ja 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 und 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 einmal da rein einmal so rüber einmal so und einmal runter bärbärbärbärbärbärbärbärbärbär so einmal runter einmal hier einmal hier rein und zwischen die hände mehr ohne hände kann ich mich nicht festhalten so das war zu weit ich habe abgezogen ich komme jetzt rein komm schon ich lebe noch ich lebe noch oder auch nicht ich lebe nicht mehr aber das war eine nette abschützung die leider nicht funktioniert hat so und hallo jeder rein einmal runter und einmal einmal okay wieder so und so und ich habe nur eine hand aber das ist egal wir leben trotzdem noch nicht mehr so wir haben noch alle körperteile ja mal gucken wie lang noch und wir leben immer noch ja boom so oh Gott tot lebewohl du grausame Welt ja eine abkürzung so ein cheat auch nein das war nicht ich will es noch mal machen lebewohl du grausame Welt oh Gott oh mein oh what the fuck ich gehe jetzt mit dem Kopf fest gibt es nicht jetzt habe ich keinen Kopf mehr egal einfach nichts drücken ja dann funktioniert das fest halt halt dich doch fest ich brauche keine Füße wieso hat das nicht funktioniert das sollte funktionieren ja 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 ok das war es dann würde ich sagen sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder und dann heißt es dann let's BOGO BOGO ist cool tschüss Leute